Ok, ja da. Vielleicht haben wir da ja Glück. Hast du schon Dr. Doom? Ja. Hast du auch schon die Herausforderung? Ja. Auch schon geschafft? Ja. Ja. Oh, shit. Alter. Was? Hält sie hier oben, ey. Ich darf doch wohl pfeifen. Hast du gebaut? Nee. Nee. Richtig? Ja. Ganz schön. Auffällig getan, hm? Hm. Ach, da. Hallo? Nein, der war OG, Papa! Jetzt habe ich so einen Lappen. Einen Lappen? Ja. Hä? Der Bot? Ach ja, der ist weg. Ey, der ist weg. Der ist abgehauen. Hatte keinen Bock mehr zum Pizza essen. Satt, 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 satt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich wirklich nicht mal am Mystic bin. Wenn ich so andere Skins habe, habe ich manchmal wirklich das Gefühl, dass ich diesen Skin auch habe. Ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Dass die das reingebracht haben. Ah, jetzt ist er weg. Na ja. Oh, kommst du mit in mein Lamborghini? Ich mache auch einen super Radiosender an. Komm rein. Ich wollte noch ein bisschen weiter lupen, ja. Dann lupen wir noch ein bisschen. Ich hoffe, wir finden diese Sammler. Aber der müssen wir noch killen. Wir müssen die Sammler killen, nicht den Boss. Ah, das sind diese. Gegner. Auf den Berg, glaub ich. Ja, das sind die Sammler. Oh, nicht die Sammler. Ja, das ist das Heli. Oh, ich bin ein bisschen. Ich bin der, Heli. Das kann doch nicht sein. Hinten sind wieder XP auf jeden Fall. Äh... Ich weiß, wo goldene XP sind. Wo denn? Auf dieser einen Insel hier auf dem Berg. Kannst du mal hinfliegen und dann... Weißt du, wie ich das immer mache? Warte... Was machst du so? Es reicht doch, wenn du es so machst. Es reicht doch, wenn du es so machst. Komm! Hüpf rein! Wer hätte es so einfach auf editieren können? Ja, ich weiß, editieren ist nicht so teins, aber trotzdem... Ich mach lieber Kappen voll. Können wir nicht einmal Glück haben und diese Roboter finden? Ist Benta eigentlich noch da? Alter, die Zone, Papa. Oh ja. Haben wir komplett vergessen. Wie weit ist sie denn? Ich bin nicht so weit. Bis zur Tankstelle von den Bots. Ach, ja. Jetzt habe ich meinen Skin verloren. Aber egal. Ich habe meinen Skin verloren. Jetzt habe ich keine Haut mehr. Lass mal zu der Tankstelle. Ich habe Bock, den Bots beim Tanzen zuzusehen. Oh, wieso musst du immer Stress anfangen? Ja, weil der... Der hat angefangen. Immer dann, wenn wir in die Zone müssen. Hast du ihn? Nee. Wo ist er? Der hat aber noch auf jemand anderen geballert, also gefraut sich. Ich habe es dir gesagt. Er ist in die Zone geraten. Ich habe ihn. Komm her. Nein! Ja, komm doch. Wo ist er? Wer ist tot? Ich habe ihn. Der war komplett tot. Vom Berg aus wieder. Ja, ja. Töchtet mich! Den Husten auf der alten Lattre! Ach, da oben ja. Wo? Ja, da oben ist ein Berg. Na komm! Was ist da weiter? Tot. Jo, erst anfangen und dann nicht mehr weitermachen, weil ich mit der Striper visiert habe. Oh yeah, Baby! Was? Boom! 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 Ah! Alter, was hast du denn da? Banaten geworfen. Schön wär's, wenn sie getroffen hätten, aber haben sie nicht. Leider. Da hätten sie ein grünes XP. Oh! Da! Da läuft aber auch einer rein. Das ist der Typ! Komm her! Hä, der ist wirklich schnell. War doch grad noch auf dem Berg hinter uns. So, jetzt. Vielleicht sollte ich meine Pumpkin mal nachladen. Hm. Ich hab grad... Da ist der Heli. Ich hör den Heli immer nur so ganz kurz. Da wird gebaut. Ja. Ich hab null Schild! Hier sind Pilze. Ich hab null Ammo, ey. Ich hab null Ammo, ey. Ja, ich bin schon auf dem Weg, ey. Wo ist der Gegner? Weiß ich nicht. Ich hab' ihn irgendwie ballern sehen. Ich seh' die Schüsse. Die kam von hier irgendwie. Hä? Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ah, er ist da! Ah, er ist da! Ah, er ist da! Wo? Hinter dem Baum hier. Und bumbo dumbo 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 dumbo. Oh. Vielleicht hättest du mal auf die Idee kommen können, die Deckung wegzuballern. Oh, schön, ja. Alle Benzinken ist dabei. So, jetzt müssen wir auch wieder ein. Wir sind nur am Rennen. Ja, echt? Das ist voll stressig, das Spiel. Die ganze Zeit nur rennen. Warte. Jetzt muss ich mir nicht die Beine vertreten. Guck, jetzt macht es der Typ. Komm, wir nehmen da hinten den Riff. Den Riff. Oh, meine Beine wären müde. Dann können wir vielleicht mal auf die andere Seite fliegen von der Zone. Oh, dann ist die Zone auf der anderen Seite. Das wär's. Bitte verschwinde nicht. Oh, Alter, der wär der Sekunde später verschwunden, Papa. Komm, wir gehen zu Sweeties. Das da zum Eisladen, oder? Ich geh ins Hotel. Hier werde ich erstmal den Tisch ziehen. Ja, warte. Ja. Moa, perfekt. Hier sind auch hier zwei Kekette. Das ist deine Kekette. Ist das deine Pantgun, die lädt? Nein, nein. Ich verpiss dich! Das ist mein Versteck. Und? Was hast du heute noch so vor? Wer denn vorher noch so Oh nein... Oh nein... Ich muss jetzt erst mal umfüllen. Ja, die hat nen guten Muni, oder? Ich hab nichts abgelöst. Echt ich? Komm her. Ich teile. Du wirst durchgewärmt, ja. Oh ja, komm her. So ein bisschen. Ja, geiler Scheiß, Digger. Ja, ich weiß es nicht viel. Nein, da hinten fighten die und die wollen snipen. Okay. Komm, drück den Mad Kid. Ihr seid unbewacht. Ein Solo. Ein Duo läuft da. Ei, ei, ei. Wer schießt da auf dich? Ei, das Solo-Paket. Wir müssen aber in die So- So. Ein bisschen nach oben im Hotel. Ja. Ja. Hier ist auf jeden Fall einer mit dem Auto. Hallo. Jetzt kommt doch noch die Zone. Ich geh hier in den Vordergarten einfach. Ich geh hier in die Garage. Ist auf jeden Fall noch ein Biggie, ey. Keine Idee. Ich geh hoch. Wir kämpfen gerade gegen Solo. Jetzt sind wir nur noch zwei gegen zwei. Ich stelle mir das jetzt an. Ich muss mal abwarten, wo wir hinfahren. Die kommen hier. Ja. Baby, rise on, rise on. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Zeit war das knapp. Die denken, wir wären Bots. Die wollen, dass wir rauskommen. Komm zurück. Alter, so richtige Psychospielchen spielen wir mit denen. Komm wieder, Papa. Wir müssen gleich. Warte, lass die hoch bauen! Siehst du, wie hoch die sind? Ne, sind nicht riesig. Schade. Aber guck mal, die haben sich nur an einer Treppe befestigt. Scheiße. Ja, wie gehen wir jetzt? Müssen wir los. Er ist nach oben. Eieiei. Nein, er hält mich. Ich hab sie abgebaut. Hä? Die haben sie abgefestigt. Einer soll nicht... Ah! Ah! Nein! Ich hab sie abgefestigt. Der schlechte Stich. Euer, der schönste Stich. Alleinschaft. Den lieben, den lieben, den lieben, den lieben, natürlich. Aja!